Nächster Redner ist der Abg. Andreas Hofmeister für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Hessen verfügt über eine attraktive und vor allem auch leistungsfähige Hochschullandschaft, welche damit ein breites Fundament für Innovation in allen Lebensbereichen bildet. Mit unseren 14 Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen sowie den nichtstaatlichen und privaten Hochschulen bietet sich jungen Menschen eine umfangreiche Palette an akademischen Bildungsgängen, welche nach wie vor sehr rege in Anspruch genommen werden. Ein Beispiel dafür sind auch die zunehmend angebotenen dualen Studiengänge. Ich denke da etwa an das Angebot von StudiumPlus der Technischen Hochschule Mittelhessen aber genauso an Möglichkeiten des Hochschulzugangs. Denn seit 2016 läuft der Modellversuch, dass beruflich Qualifizierte einen Hochschulzugang erhalten können. Das ist bundesweit vorbildlich, wie Hessen hier agiert. Der Trend, ein Studium aufzunehmen, ist bundesweit, aber eben auch in Hessen ungebrochen und wird sich nach allen Annahmen auch auf einem hohen Niveau fortsetzen. Waren es zu Beginn des Jahrtausends etwa 30 % eines Altersjahrgangs, der ein Hochschulstudium aufnahm, sind es nun über 50 %. Und die Möglichkeiten für junge Menschen, ihren Bildungs- und Karriereweg nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, sind wohl so vielfältig, wie wohl noch nie zuvor. Mir ist es an der Stelle aber auch wichtig, bevor es dann gleich wieder zum Thema Hochschulen geht, auch zu betonen, für meine Fraktion auch zu betonen, dass für uns berufliche und akademische Bildung gleichwertig sind. Das sollten wir bei all den Debatten über die Frage von Hochschulen immer wieder betonen. Meine Damen und Herren, weil die Möglichkeiten so vielfältig geworden sind über die ganzen Jahre, ist es auch richtig, dass wir die Berufsschulstandorte stärken, dass wir verstärkte Maßnahmen zur Berufsorientierung mit den Kammern angehen, dass wir die umfangreichen Instrumente im Bereich der Studienorientierung noch besser anpassen, um jungen Menschen bei der Vielzahl von Möglichkeiten Beratung zu bieten und damit eben auch die Frage Chancen, Chancen nutzen befördern, im Letzten dann auch Chancengerechtigkeit schaffen. Ich sage einmal eine Initiative arbeiterkind.de, die mittlerweile auch vonseiten des Landes Hessen gefördert werden, die eben jungen Menschen, die aus ihrer Familie heraus keinen akademischen Bildungshintergrund haben, die Möglichkeit schaffen, sich im Studienalltag zurechtzufinden, den Mut aufzubringen, am Ende des Tages auch ein Studium aufzunehmen. Wir haben uns vor Kurzem erst mit Vertreterinnen und Vertretern dort ausgetauscht, die machen eine hervorragende Arbeit und werden auch ihre Wirkung hier Stück für Stück weiter entfalten. Über 260.000 junge Menschen studieren derzeit an hessischen Hochschulen, und dies ist ein eindrucksvoller Beleg für die Attraktivität Hessens als Wissenschaftsstandort. Ich habe das bei diesen Debatten schon mehrfach betont. Das ist doch eine Abstimmung mit den Füßen an der Stelle. Sie entscheiden sich für ein Studium an einer hessischen Hochschule. Und Frau Dr. Sommer, Sie machen es wieder einmal wie üblich, es war ein Stück weit Parteitagsrede, und Sie malen auch Zerrbilder an der Stelle. Sie malen an der Stelle Zerrbilder. Seit vielen Jahren haben Hochschulen eine sehr hohe Priorität in diesem Bundesland, und das ist vollkommen egal, ob der Minister oder die Ministerin vonseiten der CDU, vonseiten der FDP oder vonseiten der GRÜNEN gestellt wird. Nach dem Motto, wie Sie es machen, darf es ein bisschen mehr sein. Das mag sich auf den ersten Blick ganz nett anhören, hilft aber an der Stelle nicht weiter. Es ist ein Aufholprozess, den wir hier haben, seit mehreren Jahren. Meine Damen und Herren, liebe Frau Dr. Sommer, Sie haben vorhin das Thema Drittmittel so thematisiert. Es ist etwas Böses, so hatte man fast den Eindruck. Nein, es ist durchaus ein Nachweis von Forschungsstärke, und dass hier Hochschulen eine hervorragende Arbeit leisten mit ihren Forscherinnen und Forschern, muss vernünftig austariert sein. Ja, deshalb haben wir das auch weiterhin im Blick. Aber so, wie Sie das dargestellt haben, ist das sicherlich nicht richtig. Und meine Damen und Herren, es ist auch nicht zu vergessen, dass die Hochschulen natürlich auch wichtige Standortfaktoren für Kommunen und Regionen sind. Ich denke einmal an die Region Mittelhessen allein, wo sich dann auch ein Forschungscampus gebildet hat, ein Forschungscampus Mittelhessen, wo die drei Hochschulen zusammenarbeiten. Das sind doch Beispiele, wo man auch sagen kann, die machen hier eine hervorragende Arbeit, und sie kriegen den Rahmen dafür gesetzt. Und aus diesen vorgenannten Gründen besteht für uns als Land die dauerhafte Verantwortung, den Hochschulen im Rahmen ihrer Autonomie passende finanzielle, rechtliche, organisatorische und infrastrukturelle Rahmenbedingungen zu bieten. Und dieser Verantwortung kommen wir in dieser Koalition von CDU und Bündnissen der GRÜNEN auch dauerhaft nach. Es ist eine Daueraufgabe, und die bringt natürlich auch mit sich, ständig neue Veränderungsprozesse und neue Impulse zu setzen. Deshalb ist das auch ein großer Dankwert an alle Verantwortlichen der Hochschulgemeinden, an der Spitze die Präsidentinnen und Präsidenten, welche im engen Dialog diese besonderen Orte der Wissensgesellschaft weiterentwickeln. Als Politik und als Koalition von CDU und Bündnissen der GRÜNEN stehen wir mit großer Verlässlichkeit an ihrer Seite. Meine Damen und Herren, Wissenschaft und Forschung benötigen eine passende Infrastruktur, die personelle und sachliche Ausstattung sowie die offenen Räume zum kritischen Diskurs zur Lösung gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen, sei es in medizinischen, naturwissenschaftlichen, technischen, sozialen und kulturellen Feldern. Und hier kann diese Koalition zahlreiche Maßnahmen vorweisen, welche ineinander greifen und das Fundament der Hochschullandschaft Hessens weiter stärken. Die einzelnen Maßnahmen vereinen sich zu der von Staatsministerin Angela Dorn gerade vorgestellten hessischen Hochschulstrategie. Ich möchte an der Stelle auch ein ausreichendes Dankeschön für die zielordnete Zusammenarbeit in diesen mittlerweile zweieinhalb Jahren sagen. Herzlichen Dank für das gute Miteinander. Mit dem im letzten Jahr abgeschlossenen Hessischen Hochschulpakt 2021 bis 2025 geben wir unseren Hochschulen die Voraussetzung, um noch besser in der Lehre zu werden, ihr Profil zu schärfen und im nationalen sowie internationalen Wettbewerb erfolgreicher zu sein. Die 11,2 Milliarden € über die gesamte Laufzeit mit dem und auch wenn es die Opposition möglicherweise nicht mehr hören mag, verlässlichen Anstieg um 4 % pro Jahr, ist ein nachhaltiges und klares Bekenntnis dieser Koalition zum Hochschulstandort Hessen und zum Wissenschaftsstandort. Vielen Dank für die Möglichkeit, die wir hier gemeinsam entwickeln konnten und gemeinsam auch mit dem Finanzminister an der Stelle und am Ende natürlich mit uns hier diejenigen, die den Haushalt mit auf den Weg gebracht haben, zumindest von Seiten von CDU und Grün. Meine Damen und Herren, durch die Reduzierung befristeter Beschäftigungsverhältnisse sowie die 309 Professuren über alle unsere Hochschulen verteilt, wird die Betreuungsrelation verbessert und damit ein wichtiger Beitrag zum Studienerfolg geleistet. Zudem werden unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch durch die Etablierung eines Mittelbaus gestärkt. Mit dem Kodex für gute Arbeit werden zudem die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen in den Blick genommen, um die Tätigkeiten an einer hessischen Hochschule noch attraktiver zu gestalten. Frau Dr. Sommer, wir arbeiten Stück für Stück den Koalitionsvertrag ab. Dort findet sich der Kodex für gute Arbeit. Er wird in diesem Jahr entstehen. Von daher brauchen wir an der Stelle nicht unbedingt den SPD-Antrag. Den hätte es dafür wirklich nicht gebraucht. Im Koalitionsvertrag steht das soweit. Es wird alles abgearbeitet. Von daher werden Sie das im Herbst erblicken können. Die anständende Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes werden wir nutzen, um das Hochschulrecht als bewährten Rahmen behutsam zu modernisieren, ohne die Autonomie und damit die Handlungsspielräume zur Profilbildung zu beschneiden. Chancen und Herausforderungen einer zunehmenden Digitalisierung unseres Lebens werden selbstverständlich auch im Bereich unserer Hochschulen unter anderem mit dem dazugehörigen hessischen Digitalpakt abgebildet. Anwendungsformate künstlicher Intelligenz, der verantwortungsvolle Umgang mit der Digitalisierung und die Verschränkung von Grundlagen und praxisnahe Forschung finden in unserem Bundesland einen stabilen Raum zur Entfaltung. Ich danke hierbei ausdrücklich den Verantwortlichen der beteiligten 13 Hochschulen, aber genauso Wissenschaftsministerin Angela Dorn sowie Digitalministerin Prof. Dr. Christina Sinemus für das konstruktive Zusammenführen der verschiedenen Schwerpunkte und Expertisen. Ich glaube, hier ist etwas Tolles auf den Weg gebracht worden, und die Ergebnisse werden wir Stück für Stück dann auch präsentiert bekommen. Exzellente Leistungen von Wissenschaft und Forschung tragen seit jeher zur Lösung gesamtgesellschaftlicher Problemstellungen entscheidend bei. Dies wird uns – in diesem Haus in den letzten Monaten schon oftmals thematisiert – gerade durch die Corona-Pandemie oder besser durch den Weg aus der Pandemie mittels Impfungen vor Augen geführt. Es braucht die klugen Köpfe mit einem breiten Fundament der Wissensgesellschaft. Zu der unsere Hochschulen einen bedeutenden Teil beitragen. Und es braucht die Exzellenz für Innovation und Fortschritt. Wissenschaft und Forschung benötigen jedoch nicht nur kluge Köpfe, sondern auch die passenden Gebäude und Ausstattung. Und als Land Hessen kommen wir der Verantwortung für die bauliche Entwicklung unserer Hochschulen bereits seit vielen Jahren mit einem eigenen Programm nach. Mit dem Bauprogramm HEUREKA wird die Infrastruktur der hessischen Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen seit 2008 nachhaltig verbessert und dies mittlerweile mit einer Planungssicherheit bis zum Jahr 2031 mit einem dann über die gesamte Laufzeit betrachteten Gesamtvolumen von 5,7 Milliarden €. Und, meine Damen und Herren, bundesweit kann man nach einem solch nachhaltigen Bauprogramm suchen, welches durch weitere Förderlinien oder auch durch die im letzten Plenum exemplarisch thematisierte Forschungsbauförderung des Bundes gemeinsam mit den Ländern ergänzt wird. Die beispielhafte Wirkung von HEUREKA bestätigt sich immer wieder in Gesprächen mit Vertretern anderer Bundesländer, aber auch und gerade im Austausch mit den Verantwortlichen unserer Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ich erinnere mich an einen Spatenstich vor nicht allzu langer Zeit. Gut, es war vor Corona, aber na ja. Da hat der dortige Präsident gesagt, so ein Programm hätten wir schon lange vorher gebraucht, aber es gab es leider nicht. Jetzt haben wir die Möglichkeit, planbar verlässlich unseren Campus weiterzuentwickeln. Leider ist das immer so mit der Frage, man erinnert sich nicht so gern zurück, wie das einmal war. Aber trotzdem, meine Damen und Herren, man blicke einmal in die 90er-Jahre zurück. Dort gibt es durchaus eindrückliche Berichte, wie es dort an hessischen Hochschulen baulich aussah. Dann gehen Sie heute einmal über die Kampi. Dann werden Sie sehen, was sich verändert hat. Meine Damen und Herren, wir gewährleisten mit dem Programm mit modernen Lehr- und Forschungsgebäuden die Entwicklung und Profilbildung der Hochschulen und stärken die Position Hessens im Wettbewerb und die klügsten Köpfe nachhaltig. Wissenschaft und Forschung bilden durch den Transfer auch das wesentliche Fundament für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die damit verbundenen Arbeitsplätze sowie den Wohlstand unserer Gesellschaft insgesamt. Unser Land Hessen ist ein starker Wissenschafts- und Forschungsstandort. Dies vertreten und befördern wir als CDU-Fraktion in Hessen seit vielen Jahren in diesem Haus aus Überzeugung. Wir brauchen die Spitzenforschung in den unterschiedlichsten Bereichen, aber dies lässt sich nicht einfach verordnen oder gar anordnen. Vielmehr braucht es die Möglichkeit zur freien Forschung, zum offenen Denken, zum Experimentieren mit Innovations- und Technologieoffenheit. Beispielhaft ist hier der verantwortungsvolle Umgang mit der Gentechnik genannt, welcher uns gerade mittels Impfstoffen den Weg aus der Pandemie ermöglicht. Man muss Spitzenforschung sozusagen durch kluge Rahmenbedingungen den Nährboten bieten. Mit den in Hessen angesiedelten Instituten von Max-Planck-Gesellschaft, Traunhofer-Gesellschaft und Leibniz-Gemeinschaft sind wir im Bereich der außeruniversitären Forschungseinrichtungen bereits gut aufgestellt. Aber natürlich muss es weitergehen. Wir geben uns nicht zufrieden und die Anstöße vonseiten der Hochschulen, vonseiten des Landes Anreizprogramme zu schaffen, das ist genau der richtige Weg, denn aus den Hochschulen heraus müssen dann die Wege entwickelt werden. Aber hier gibt es auch weiter positive Ansätze. Und für eine lebendige und hungrige Forschungslandschaft braucht es Instrumente. Und hierfür steht in Hessen seit 13 Jahren das bundesweit beispielhafte Programm Löwe. Auch wenn Frau Dr. Sommer dieses gerade wieder einmal versucht hat, kleinzureden. Für die Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz wurden in den Jahren 2008 bis 2020 rund 917 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und aus Löwe-Projekten gehen immer wieder Einrichtungen hervor, die in den jeweiligen Forschungsbereichen nationale und internationale Bedeutung erringen. Und dieser erfolgreiche Weg wird konzipiert fortgesetzt, Stichwort Daueraufgabe, zum einen mit einer Erhöhung des Budgets, aber auch einer konzeptionellen Weiterentwicklung, weil man eben sieht, dass dort Nachbesserungen durchaus Sinn machen, damit noch mehr Erträge in wissenschaftlicher Forschungshinsicht herausspringen. So wird mit Löwe-Professuren zur Gewinnung und Haltung von Spitzenforschern und Spitzenforschern beigetragen. Und es werden zukünftig auch Forschungen eben mit unkonventionellen Ansätzen unterstützt, um neue Räume des wissenschaftlichen Diskurses zu eröffnen. Und natürlich wollen wir, dass unsere Forscherinnen und Forscher bei der nächsten Runde der Exzellenzstrategie des Bundes wieder erfolgreicher sind. Und dafür ist der für alle Hochschulen vorgenommene Prozess zur Analyse von Stärken und Schwächen und Potenzialen sehr wertvoll. Wir hatten ja in den beiden letzten Ausschusssitzungen zum einen Frau Präsidentin Brühl, zum anderen Frau Präsidentin Schleif zu Gast. Und beide haben auf Nachfrage jeweils bestätigt, wie gut und wichtig es war, einmal hinter die Kulissen zu schauen und eben von einer außen kommenden Expertise gesagt zu bekommen, wo man möglicherweise Stärken entwickeln kann. Das kann nicht die Landesregierung sein, sondern das muss an der Stelle natürlich aus den Wissenschaftlerkreisen kommen. Und deshalb war es gut, dass wir diesen Prozess aufgesetzt haben und damit wird sich auch in Hinsicht auf die Exzellenzstrategie eine wesentlich größere Möglichkeit ergeben, dort erfolgreich zu agieren. Meine Damen und Herren, es gilt, Chancen besser zu nutzen. Und hierfür steht exemplarisch auch die Frage, wie Programme der europäischen Ebene besser genutzt werden können. Mit dem Programm Hessen Horizon verfügt das Land Hessen seit September letzten Jahres über einen innovationsorientierten Anschlussfonds, der vielversprechende hessische EU-Forschungsprojekte in den verschiedensten Fachdisziplinen zum Erfolg verhelfen soll. Und ich glaube, auch da werden wir Stück für Stück erkennen können, dass diese Anreize, dieser Anschub dann eben auch neue Kräfte in der Wissenschaftsszene entwickeln wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie stellt unsere gesamte Gesellschaft und so natürlich auch alle Hochschulgemeinden vor enorme Herausforderungen. Man sehnt sich nach den gewohnten Abläufen, dem Miteinander auf dem Campus, die kurzen Wege zwischen Lehrpersonal und Studentinnen und Studenten, den unkomplizierten Austausch der unterschiedlichsten Forschungsdisziplinen. Ja, und bisher haben unsere Hochschulen mit viel Kreativität die ungewohnten Herausforderungen im Sinne aller Beteiligten gemeistert. Meine Damen und Herren, ich stelle auch eines fest. Es war und bleibt richtig, dass nicht aus dem HMWK heraus jede einzelne Frageschirm bis ins Detail geregelt, sondern Rahmenbedingungen so angepasst wurden, damit die jeweilige Hochschule mit Rücksicht auf das eigene Profil und verfügbare Ressourcen unter Pandemiebedingungen arbeiten kann. Das, was wir hier auf den Weg gebracht haben und dann aus dem HMWK heraus mit den Hochschulen gemeinsam vereinbart wurde, war der richtige Weg. Und nun geht es Stück für Stück aus der Pandemie heraus und wieder in einem Regelbetrieb, wie man ihn früher einmal kannte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Hessens Hochschulen sind heute und in Zukunft unverzichtbarer Träger von Wissenschaft und Forschung. Sie sind Taktgeber für Innovationsschritte und damit für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Mit der hessischen Hochschulstrategie werden Tophil und Stärken weiter herausgearbeitet, um im nationalen und internationalen Wettbewerb noch erfolgreicher zu sein. Diese Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN steht ohne Wenn und Aber und trotz der finanziellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie zu unseren Hochschulen, um Studium und Lehre zu stärken sowie Wissenschaft und Forschung die Räume zu geben, um gesamtgesellschaftlich zum Wohle aller zu wirken. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Hofmeister. Für die Fraktion der AfD hat sich Herr Dr. Grobe gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Es ist fast Halbzeit der Legislaturperiode und Ministerin Dorn legte gerade in der Regierungserklärung eine Hochschulstrategie vor, als ob sie vorher keine gehabt hätte. Zumal Ihre Halbzeitbilanz bislang mehr als durchwachsen ist. Da kann man auch nicht die Corona-Pandemie als herausfordernde Zeit vorschieben. Denn viel wurde versprochen, aber wenig eingelöst. Das ist Ihre wahre Bilanz, Frau Ministerin Dorn. In den Vereinigten Staaten würde man sie als Lehmdack bezeichnen, und zwar zu Recht. Lassen Sie uns eine Bestandsaufnahme Ihrer erfolgreichen Arbeit machen. Beginnen wir mit dem schlechten Betreuungsverhältnis zwischen Professor und Studenten. Alleine an der Goethe-Universität liegt dieses bei etwa 1 zu 95. Hessen liegt insgesamt schlechter als im Bundesdurchschnitt. Auch hat sich das Verhältnis von wissenschaftlichem Personal und Studenten an der Universität Frankfurt zwischen 2013 und 2019, also vor Corona, von 1 zu 18 auf 1 zu 20 verringert. An den anderen Hochschulen sieht es nicht viel besser aus. Das bedeutet letztlich, dass das Niveau der akademischen Bildung immer weiter abnimmt und die Studenten keine qualitativ hochwertige Ausbildung mehr erhalten. Das sind die neuen 300 Professuren, die nur einen Tropfen auf dem heißen Stein. Ihre Ausführungen zeigen, wohin die Reise führt, und zwar in Richtung Öko-, Diktatur- und Frauenquote. Anstatt dass Sie die weitere Vermassung der Hochschulen zurückfahren und wichtige Ingenieur- und naturwissenschaftliche Studiengänge, insbesondere an der TU Darmstadt, sowie kognitive Kompetenzen fördern, konzentriert sich die Landesregierung darauf, marktwirtschaftlich kontraproduktive Fahrradprofessuren zu fördern. Kommen bald auch Dreiradprofessuren? Dabei ist es aber zuallererst die Autoindustrie, die Deutschland am Leben hält. Aber wer denkt, dass es nicht noch schlimmer kommt, irrt. Denn die GRÜNEN und mit ihr im Schlepptau die linkssozialisierte CDU fördern ganz bewusst mit vielen Millionen € die ideologischen und wissenschaftsfreien Genderlehrstühle. So wird seit über zehn Jahren geprüft, ob die Empfehlung zu Frauen in den Ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengängen umgesetzt wurde. Obwohl es bis heute kein Ergebnis gibt, lässt Frau Ministerin Dorn weiter nach einem Ergebnis forschen. Warum Geschlechterforschung so umstritten ist, lässt sich an diesem Beispiel leicht erkennen. In jedem Unternehmen wären der Ersteller und auch der Beauftragte dieser Studie längst entlassen worden. Denn dies riecht nicht nur nach sozialistischer Planwirtschaft, dies ist es auch. Nicht von ungefähr rangieren die hessischen Universitäten im internationalen QS-Ranking unter Ferner liefen. Das heißt, keine liegt unter den Top 250. Dass es Ihnen, Frau Ministerin Dorn, nicht darum geht, die hessischen Hochschulen fit für die Zukunft und international webwärtsfähiger zu machen, zeigt auch der Titel Ihrer Regierungserklärung. Dieser lautet die hessische Hochschulstrategie Verlässlichkeit als Antrieb für Chancengerechtigkeit und Mut. Die Strategie von gerechteren Bildungschancen führt unsere Hochschulen leider noch weiter in die pädagogische Kontrollgesellschaft. Um erfolgreich zu sein, bedarf es nämlich weder Mut noch Chancengerechtigkeit. Vielmehr benötigen wir ein freiheitliches Bildungssystem, ein Bildungssystem, in der Forschung und Lehre frei sind. Aber hier sind wir bei dem zentralen Punkt angelangt. Denn in Deutschland wie auch in Hessen ist die Wissenschaftsfreiheit bedroht, da die Professoren, Dozenten und Studenten immer mehr ihrer eigenen Initiative beraubt wurden und werden. Zudem wird die Meinungsfreiheit an unseren Hochschulen durch die Cancel Culture immer mehr eingeschränkt, wie wir bereits im Märzplenum mit unserem Setzpunkt deutlich herausgearbeitet hatten. Nicht von ungefähr haben sich in dem bedeutenden Aufruf des Netzwerkes Wissenschaftsfreiheit bereits 37 hessische Hochschullehrer angeschlossen. Das zeigt, dass etwas faul im Hochschulstaat Dorn ist, meine Damen und Herren. Aber nicht erst seit Kurzem. Denn bereits im Jahr 2012 hatten Wissenschaftler einen offenen Brief unter Federführung des nun in England Lehrenden Jan Dochorn für ein freiheitliches Bildungssystem und für Freiheit und Forschung und Lehre an die Politik gerichtet. Aber dieser Hilferuf lief, wie erwartet, ins Leere, auch in Hessen. Wären Sie, Frau Ministerin Dorn, in den letzten zweieinhalb Jahren und Ihr Vorgänger, Präsident Dr. Rhein, damals auf einige dieser vernünftigen Forderungen nur ansatzweise eingegangen, stünde der Forschungsstandort Hessen heute deutlich besserter. Doch Sie scheinen mit Ihrer neuen Strategie nur eine Veränderung zur weiteren Niveauabsenkung der hessischen Hochschulen zu verfolgen. Daher möchten wir Ihnen allen einige Eckpunkte dieser fast zehn Jahre alten Stellungnahme, dem sich die Alternative für Deutschland vollumfänglich anschließen kann, noch einmal vergegenwärtigen und an aktuellen Beispielen festmachen. So hat die Bologna-Reform dazu geführt, dass in die Stelle von akademischer Bildung zunehmend die Betreuung und Bevormundung getreten ist. Damit bleibt die Eigeninitiative der Studenten auf der Strecke und die Studenten werden zu betreuten Insassen des Bildungssystems. Und das nur, um den nicht geeigneten Studenten einen Abschluss zu ermöglichen. Das früher freie Studium, welches viele von uns noch kennenlernen durften, welches von Interdisziplinarität geprägt war und um das sich die Welt uns beneidete, existiert heute nicht mehr. Nicht von ungefähr nimmt die Studierfähigkeit seither kontinuierlich ab. Das zeigt sich an den Abbruchquoten von um die 25 % pro Jahr. Doch Sie nennen diese Studienabbrecher wortakrobatisch Umorientierer oder Karriereplanwechsler. Dass mit den neuen Begrifflichkeiten keinem Studenten geholfen ist, scheint für die Regierung irrelevant zu sein. Denn hier werden scheinbar akademisch vorgeschulte Trampolinspringer, Sternchen innen, gebraucht. So erklärt sich auch, dass die verbrauchten Altparteienregierungen im Bund wie in den Ländern nun verstärkt auf Chancengerechtigkeit anstatt auf Qualifikation setzen. Die offenkundigen Schwächen, die tagtäglich zur Schau gestellt werden, sind schon beängstigend. Es gibt aber keine Chancengleichheit, wenn man die Besten aufgrund von sogenannter Chancengleichheit zwingt, so langsam zu laufen wie die Lahm. Nicht von ungefähr haben die GRÜNEN gerade den Baerbock zum Gärtner gemacht. Denn ihre neue Kanzlerkandidatin zeichnet sich nicht nur durch umfassendes Unwissen aus, sie erreicht auch beim Rechnen nicht einmal das Niveau eines Erstklässlers. Unvergessen sind die Kobolde, das energiespeichernde Stromnetz und die von den Sozis entwickelte soziale Marktwirtschaft. Dennoch überrascht das Selbstbewusstsein dieser Mogelpackung einer Völkerrechtlerin, welcher wohl auf dem Dunning-Kruger-Effekt basiert. Aber mit etwas Kosmetik kann man heute besonders in Deutschland mit einer geschönten Biografie Karriere machen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir können nur hoffen, dass der Kobold-Express noch schneller gegen die Wand fährt als damals der Schulz-Zug. Denn unsere Wirtschaft benötigt leistungsstarke und interdisziplinär ausgebildete Akademiker und keine Gender-Dünnbrettbohrer. Das heißt hauptsächlich in Geschwätzwissenschaften geschulte Akademiker. Es wäre daher gut, wenn wir nicht von allen Schülern, insbesondere von den nicht studierfähigen, ein Abitur voraussetzten. Denn es stimmt nicht, dass uns stärker akademisierte Nationen etwas voraus hätten. Unser Bildungssystem ist gerade deshalb noch erfolgreich, da dieses neben dem akademischen Sektor auf eine exzellente duale Ausbildung fußt. Eine Harvard-Langzeitstudie besagt, dass der Prozentsatz der Selbstständigen direkt mit der Höhe des Lebensstandards korreliert. Lassen Sie uns daher unser Bildungssystem neu denken, und fordern wir unsere Kinder, statt sie zu betreuen. Nicht von ungefähr hat letzte Woche der Präsident der Goethe-Universität, Prof. Schleif, darauf hingewiesen, dass es Vertrauen und Kreativität bedarf, damit unsere hessischen Hochschulen zu den Exzellenzuniversitäten aufschließen können. Damit dies gelingt, muss der einzelne Wissenschaftler wieder frei forschen können. Das bedingt aber, dass die Macht der Universitätsverwaltung und Präsidenten wieder eingeschränkt werden muss. Es kann nämlich nicht sein, dass die Forscher über Leistungsverhandlungen und Evaluationen immer stärker dazu gedrängt werden, Drittmittel einzuwerben. Drittmittel, die zudem noch überwiegend staatlich finanziert werden und die Bürokratie in den einzelnen Instituten aufblähen. Um Drittmittel zu erhalten, sehen sich Wissenschaftler sogar schon dazu genötigt, Forschungsaufträge in der ideologischen Gendersprache zu schreiben. Andernfalls ist davon auszugehen, dass diese abgelehnt würden. Übrigens akzeptiert die Harvard-Universität keine zweckgebundenen Spenden. Die Wohltäter erfahren nur über deren Verwendung. Nun vergleichen Sie einmal, wie viele Nobelpreisträger von Harvard und wie viele aus Hessen stammen. Daher spricht sich die AfD für die deutliche Erhöhung der grundständigen Förderung bei gleichzeitiger Drittmittelreduzierung aus. Denn die Ökonomisierung des Bildungssystems darf nicht weiter die Oberhand gewinnen, meine Damen und Herren. Auch ist es nicht hinnehmbar, dass Nachwuchswissenschaftler überwiegend mit Kurzzeitverträgen ausgestattet werden und sich dadurch teilweise in unsicheren, prekären Arbeitsverhältnissen befinden. Privatdozenten werden zudem quasi gezwungen, kostenlos bzw. mit einer geringen Vergütung Lehrveranstaltungen durchzuführen. Der akademische Mittelbau ist dadurch ökonomisch vom Staat erpressbar geworden. Kommen wir zur Internationalisierung, die immer stärker an unseren Hochschulen Fahrt aufnimmt. Natürlich brauchen und profitieren wir als exportorientiertes Land von ausländischen Studenten und Wissenschaftlern. Dennoch benötigen wir weder durchgängig englische Bezeichnungen für unsere Studiengänge noch welche, in denen vermehrt auf Englisch gelehrt und geforscht wird, wie sich dies gerade beim aufgelegten hessischen Stipendienprogramm zeigt. Wir brauchen auch kein Soundingboard, etwas, was man früher einmal Stimmungsbarometer nannte und einen Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft beschreibt. Nur scheinbar ist Frau Ministerin erst nach zweieinhalb Jahren auf diese Idee gekommen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen keine englischsprachigen Begrifflichkeiten, denn damit verleugnen wir unsere historisch gewachsene und erfolgreiche Wissenschaftssprache und letztlich unsere Identität. Gerade die Erhaltung der Wissenschaftssprache Deutsch gehört zu unserer Freiheit und Pflicht, meine Damen und Herren. Doch immer mehr hessische Hochschulen setzen leider auf englischsprachige Studiengänge, um eine Internationalität fortzutäuschen. Dabei widerspricht dies den Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz und dem Wissenschaftsrat. Gerade vom Letzteren haben sie sich ja im letzten Plenum feiern lassen. Aber lassen wir das. Gehen wir auf die Kritik der beiden wichtigen Institutionen ein. Diese bestätigen, dass die zwingende Nutzung des Englischen die Arbeitseffektivität und Effizienz vom Wissenschaftlern einschränken kann. Ergebnisse zeigen nämlich, dass wirkliche Kreativität im Gehirn nur in der Muttersprache stattfindet. Zudem führt laut Hochschulrektorenkonferenz die unzureichende Berücksichtigung von nicht englischsprachigen Veröffentlichungen zu unerwünschten Wettbewerbsverzerrungen. Darüber hinaus bringen nicht alle internationale und auch heimische Studenten die sprachlichen Voraussetzungen für ein englischsprachiges Studium mit. Das gleiche gilt für die Dozenten. Schließlich wollen wir doch in erster Linie die Fachkenntnisse und nicht die sprachlichen Kompetenzen prüfen. Auch die Hochschulen sind weder personell noch institutionell entsprechend ausgestattet, um den Anforderungen gerecht zu werden. Eine reine englischsprachige Kommunikation in Forschung und Lehre geht zu Lasten anderer Sprachen und gefährdet damit die Sprachenvielfalt. Eine Diversität, die Sie doch sonst in Ihren Reden so gerne hochhalten. Vielmehr konterkariert dies die auswärtige Kulturpolitik unserer Bundesregierung. Denn diese versucht der deutschen Sprache weltweit mehr Ansehen zu verschaffen. Auch die Europäische Union ist bestrebt, die Mehrsprachigkeit in Europa zu fördern. Ich frage Sie, wäre es nicht gerade wichtig, dass ausländische Studenten und Wissenschaftler die Kultur und Sprache des Gastlandes kennenlernen? Wir fragen zudem, ob die Hinwendung zum Englischen nicht nur erkenntnisfeindlich, sondern vielmehr sogar neokolonialistisch ist. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn die grün-schwarze Regierung in Hessen nicht mehr gewillt ist, den freiheitlichen Weg der nationalen Selbstbestimmung zu gehen und Magister- und Diplomstudiengänge wieder einzuführen, dann sollte wenigstens der heutige Bachelorstudent das Recht auf ein wissenschaftliches Studium haben. Wir fordern daher die Wiederherstellung der Wissenschaftsfreiheit. Wir fordern die Eigeninitiative der Studenten. Wir fordern eine verlässliche und höhere grundständige Finanzierung der hessischen Hochschulen und der Nachwuchswissenschaftler bei gleichzeitigem Rückbau vor allem der Drittmittel. Wir fordern eine deutlich bessere Betreuungsrelation zwischen Professoren und Studenten. Wir fordern eine Rückbesinnung auf das weltweit anerkannte Markenzeichen des Diploms und somit die Wiedereinführung der Diplomstudiengänge oder zumindest die Wahlfreiheit. Wir fordern, dass angehende Studenten im Vorfeld auf ihre Eignung getestet werden und studierunfähigen Schülern andere Karrierewege eröffnet werden. Wir fordern das Ende von Moralisierung, falscher politischer Korrektheit und Ideologisierung durch die Cancel Culture und die Rückeroberung freier Denkräume. Wir fordern das Ende von ideologischen Gender-Gaga-Studiengängen. Denn für diese Absolventen gibt es in der freien Wirtschaft keinen Bedarf. Wir fordern, dass die deutsche Sprache an den Hochschulen wieder ihre alte Geltung erhält. Wir fordern die sofortige Wiedereröffnung der Präsenzlehre an den Hochschulen. Letztlich fordern wir die Rückkehr zum humboldtschen Bildungsideal, also Deutschland aber normal. Denn nur so werden hessische Hochschulen mittelfristig im Wettbewerb mit den Exzellenzuniversitäten in Deutschland, auch im internationalen Bereich, bestehen können. Nicht aber mit einer dornischen Strategie von Verlässlichkeit als Antrieb von Chancengerechtigkeit. Diese Strategie führt nur ins Abseits zu einer weiteren Niveauabsenkung, einer politisch genehmen Forschung und einer Verstetigung der Bevormundung von Studenten und Hochschullehrern. Halten wir es wie der eingangs thematisierte offene Brief, der mit Galileo Galilei schließt. Galileo hat, als er etwas wissen wollte, die Gesellschaft nicht gefragt und hat ihr damit eben genützt. – Vielen Dank. Vizepräsident Wolfgang Greilich Danke, Herr Grobe.